Was bekomme ich für 149 Euro im Monat oder für 5 Euro am Tag? Und das Ganze ohne Anzahlung, den Toyota Aygo Cross. Ihr bekommt dafür Apple CarPlay, Android Auto, viele Sicherheitssysteme wie beispielsweise den Spurhalterassistent oder die Verkehrszeichnerkennung. Und das alles ganz easy beim Autohaus Nix. Euer Verkaufsberater, Darko Iwanowski.